Amira ich weiß nicht Ich weiß nicht mit was ich rein Nein Digger Jetzt könnt ihr nicht nifen oder? Muss ich halt doch drohen gehen Ey schöne Nate Kannst du noch eine Nate werfen? Dass die Mira spüren Achso Impact-User Jawoll Mira mit derselben Strat Ich hoffe da kommt eine schöne Nate gleich Ne ich zock auch Nades Lass einfach Nate spammen Okay super Wer hat noch Nate? Wer hat noch Nate? Wollen wir den komplett angucken? Wollen wir den angucken? Hinter dir Oh mein Gott Der sieht gar nicht mal so bad aus Okay Hab ich es jetzt noch nicht eingesehen Der den hat ne? Ella ist noch ein Pink Warum kannst du vielleicht von einem Naiden? Die Ella Digger es kann nicht euer Ernst sein Oder World Bank die Ma Das gibt es nicht Das sind die schlechtesten Mira Spiele Die ich jemals gesehen habe Ahm Dings Du siehst hier Ja 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 keine Ahnung Bitte sagt mir die haben ne Mira Und stellen sich wieder dahin Bitte Wieder das gleiche Die lernen nicht Die haben je keine Weißes hier Wir müssen ein Ja ich kann einfach mit Flows rein Wir müssen Oder wir müssen eine Nate Da hier platzen lassen Nein die haben ja alle drei ADS Das heißt Ja oder Können sie alle irgendwie Flashes und Nails Alles gleich sein hier rein tossen Oh no Jetzt tut das Das mit Nein niemals Mach mehr Mach mehr Wir fallen Flashes rein Floris Sieh zu Nein sie haben meine Brunner Never mind Nein Nein Ach die Scheiße Wir haben zwar Double Natekill gesagt Aber ne Ja komisch Er ist ein Server Er ist ein Server Egal plantet einfach Scheiße Digga Das war ultra dumm Nein Potter Oh Junge Wie viele Natekills machen wir Nate-Uni Wieder zwei Natekills Nur Impact Ich hab jetzt Ich glaub vier Kills Alle Impact nehmen Wie dumm ist diese Runde Junge Letzter Kill muss mit Impact sein Sonst weiß ich nicht was Was ist der letzte Kill? Letzter Kill mit Impact Sonst weiß ich nicht was Ja schöner Kill GG Der ist einfach verschwunden Der ist einfach despawned Egal schönes Match Die haben halt nicht gelernt daraus Eins würde ich doch noch machen Ja komm Eins geht noch Das war lustig das Mensch Der ist auch hier im Raum schon On-Spot Rechts oder schon wirklich drin? Äh wirklich drin Also links 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 Ja Ok ok Deine Waffe stickt nach oben Ich hab alle Standorteinstellungen bei mir eingestellt Aber meine Maus Oh Junge Im Endgame Ein Bot Das ist hart Du bist badet Eieieieieiei Wenn euch ehrlich weiß ich wo ich rein gehe Oh mein Gott wie ich mich hab Da bin ich an der vorbei. Mein Zehennagel hat die safe berührt. Gut, gut, gut. Links, Mom, links, glaube ich. Du bist Gamer. Cataract, Junge. Der liegt da. Sag die Aufnahme mal an, Mom. Oh mein Gott. Das so, ja. Süß. Jetzt kommt da natürlich auch keiner mehr. Super. Ich gehe rum mit Mira. Ich habe es nicht gehört. Der Kali, Junge, was ist denn da? Ey, Mövenpick, hör mal kurz auf damit. Ich habe fast in seinem Gesicht das Fenster gespawnt, Junge. Er ist hier rausgerannt. Er ist an der, an der Doh, äh, draußen. Niemals. Ich in solch eigenes Loch gelöchelt habe. Ich habe kein Fenster mehr. Ey, komm raus. Ey, komm raus. Die liegt, die liegt. Die liegt, Junge. Ich kann das sogar. Die liegt im Spawn. Es ist wieder eine Kali, die die ganze Zeit nur im Spawn bleibt. Die liegt im Spawn. Das ist einer. Und an der Seite. Und, ne, oben. Oh. Er wird immer verkauft, Junge. Hey, ich kann nicht droppen. Ich will rushen und dann sowas. Warte kurz nach. Warte kurz. Okay, dann nicht. Keine Ahnung, was das war. Junge, er hat sogar Just-Rect-Logo auf, äh, auf dem Uniform, Alter. Äh, ja gut. Der muss noch da gewesen sein. Der ist immer noch da. Ich denke nicht, dass der seine Position da aufgibt. Ne, der hält einen Pixel-Peak, okay. Digga, zock doch bitte nicht so. Das ist echt gefährlich, eigentlich. Genau, ob die hinter deinem Fenster ist. Oh, chill, deine Base. Sitzt ihr jetzt ganz weit hinter. Ja, die ist stuck. Ja, okay. Gerade in defensiven Schmenkele. Kommt er nicht weg, okay, doch. Alter, wer macht sich denn hier in ein Mira-Fenster hin und bleibt dann da? Boah, yo, diese Waffe ist einfach so weak auf Distanz. Ah, ping, 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 du kannst dich holen. Jetzt geht's drauf. Jetzt kommen wir nicht mehr wirklich runter. Ich hab keine Cam mehr. Legion kommt weiter, er ist unten, Legion ist unten. Ich hab ehrlich mit der Gon-6 eingeballert, dich, Idiot. Ich hab ne Gon-6 als Zweitwaffe mitgehabt. Schöner Kill. Nicht wirklich. Ja, ich hab viel geholt, glaube ich. Irgendwas ist drin, Amaru's drin. War das Amaru? Ja. Ja, die kommen nicht. Also nicht da, wo ich die Dings hab. Ja. Nein, auf jeden Fall. Er ist close hier. Genau hier, allerdings. Close, 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 close. Was? Er hat zwei, 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 zwei. Noch eine, noch eine, noch eine. Okay, ja, ja. Easy. Ah, er rand weg. Er hat sich gerne noch mehr. Lass ich mal durch. Da ist einer. Ach man, in Mientegen. Wo? In Freeza. Wie zum einen Mägen, juna? Er ist durch. Der Freeza ist hier vorne. Einer oben, die Doka kommt jetzt hier runter. Wo? Dropped. Arps 4, last operator standing. Einer, ist der Pillar? Mhm. War das schon GG? Jo. Alter. Die zwei. Okay. Guck ich mal den Puls an. So gefällt mir der. Guck mal, guck mal den Rima an. Tima ist links. Guck mal, guck mal den Rima an. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal.